Studio Du hast die Vorbereitung Du musst gleich anfangen, ne? Okay, warte, einsatz Genau, genau Okay, jetzt Ich seh, du brauchst etwas Trosten Du hast dir das Knie aufgekratzt Wahrscheinlich hast du dich gestoßen Na, wer wird denn gleich weinen, mein Schatz? Denn in entscheidenden Momenten hab ich immer Nadel und Faden dabei Das werden wir gleich haben Das wächst wieder zusammen Es lässt sich alles nähen Schon so gut wie geschehen Also reiß dich zusammen Realistisch gesehen Sind es doch nur ein paar Schramm Hier hast du Nadel und Faden Pass sammeln auf, sonst gibt's Narben Ich kann, Kinder, nicht bluten, sehen Schau doch jetzt nicht so geknickt Das kriegen wir schon wieder hin Das lässt sich doch alles noch fläten Wobei ich bin Wobei ich bei dir skeptisch bin Denn in entscheidenden Momenten Denn bei deinen linken Händen kann das Übel enden Ich will dich nur warnen Ich will dich nur warnen Man muss in entscheidenden Momenten die Ruhe bewahren Hier hast du Nadel und Faden Pass sammeln auf, sonst gibt's Narben Und weißt du was? Ich kann Kinder nicht bluten, sehen Ich muss mich vielleicht korrigieren Die Wunde wird nicht gut verheilen Na, hilft jetzt auch kein Lamentieren Deine Nähkünsten musst du noch feilen Denn in entscheidenden Momenten Hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei Doch dein Talent ist zu klein Tappere ist Schneiderlein Dir fehlt das Geschick Deine Finger sind zu dick Fang mal nicht an zu weinen Und schau nicht so geknickt Ich wollte doch nur hilfreich sein Hier hast du Nadel und Faden Scheiß Echo hier in der Kabine Was sammelt auf, sonst gibt's Narben Wir können Kinder nicht bluten, sehen Nur leiden Aua Hallo liebe Freunde des Abenteuerspiels Die Spyware, die wir auf euren Rechnern installiert haben Teilt mir gerade mit, dass heute Abend wieder viele Kinder vor den Monitoren sitzen Darum erzähle ich jetzt auch nicht die Geschichte, die ich eigentlich vorbereitet hatte Das ist durchaus schade Es wäre eine gute Geschichte geworden Mit unterhaltsamen Explosionen Einem gigantischen Roboter-Opossum Aber eben auch mit vielen unflätigen Ausdrücken und einer unangemessenen Anzahl übersteigerter Gewaltdarstellungen Die Geschichte, die ich euch stattdessen erzählen möchte, ist ein wenig anders gestrickt Sie handelt von Lily Dem bravsten Mädchen auf der ganzen Welt Und sie beginnt im Hinterhof einer kleinen, verträumten Klosterschule Gar nicht weit weg von dem Ort, an dem das gigantische Roboter-Opossum gerade unschuldigen Passanten das Gehirn durch die Augenhöhlen zieht Aber genug davon Es ist ein schöner, sonniger Tag Und Lily harkt fröhlich singend Laub im Garten Lily, wie oft muss ich dir noch sagen, dass bei der Arbeit nicht gesungen wird Du weißt genau, dass ich das Geräusch von fröhlichen Kindern hasse Diese Kinder machen mich noch wahnsinnig Ach, da bist du! Wurdest du von der Ignaz schon wieder zum Blätter-K-K-K-Kehren verdonnert? Aha Tch, langweilig und unnötig obendrein Die Blätter wehen doch sowieso immer wieder zurück auf den Weg Du solltest lieber mitkommen Ich bin nämlich gerade auf Schatzsuche, musst du wissen Tja, deine Entscheidung Wenn du hier fertig bist, kannst du ja immer noch zum Schaukelbaum nachkommen Ich glaube, ich habe da was in einem der Beete gefunden Bis dann Immer wieder hört man von Unfällen durch falschen Umgang mit Computerspielen Um das Risiko einer entstellenden Verkrüppelung zu minimieren Empfehlen wir die strikte Einhaltung der nachfolgenden Sicherheitshinweise Wollt ihr das Tutorial spielen? Ihr habt euch dazu entschlossen, das Tutorial zu spielen Das ist sehr vernünftig Da ihr gut aufgepasst habt, wisst ihr auch, dass der Klostergarten vom Laub befreit werden muss Die Harke hat Lilly bereits in der Hand Der Cursor zeigt dementsprechend das Bild einer Harke Um zu erkennen, wo Lilly haken kann Ohne dabei das Gesicht eines Mitschülers zu zerkratzen Reicht ein Druck auf die Leertaste Probiert es doch einmal aus Na, da schau her Die roten Augen zeigen an, welche Objekte benutzbar sind Offenbar gibt es drei Laubhaufen, die Lilly mit der Harke benutzen kann Zieht einfach den Cursor über einen der Haufen, bis der Name des Objekts daneben erscheint Nun könnt ihr die Aktion mit einem Linksklick auslösen Aber Vorsicht! Unfälle passieren so schnell Bravo, ihr habt den ersten Schritt getan Ohne jemandem eine tiefe Fleischwunde zuzufügen Aber noch ist die Arbeit nicht getan Beendet den Auftrag der Oberen So schwer kann das ja nicht sein, oder? Was ist denn das für ein Wärm da draußen? Das ist ja nicht zum Aushalten Lilly! Jetzt ist das Maß aber endgültig voll Ich habe dich wohl mal wieder überschätzt Nicht einmal zum Laubhaken taugst du etwas Regal! Ich habe zwei neue Aufgaben für dich Die Beete im Hintergarten müssten wieder einmal umgegraben werden Bekommst du das hin? Aha Das bezweifle ich zwar Aber wir werden sehen Und wenn du schon mal im Hintergarten bist Der Schaukelbaum ist von Termiten befallen Lass dir was einfallen, um sie ein für alle mal loszuwerden Also noch einmal für die ganz Unfähigen Erstens Beete umgraben Zweitens den Schaukelbaum von Termiten befreien Und wehe, du machst das nicht ordentlich Lilly hat fertig gehakt Sie hat die Harke zwar nicht mehr in der Hand Aber sie trägt sie noch bei sich Wenn ihr sie noch einmal benutzen wollt Findet ihr sie in Lillys Inventar Geht mit dem Mauszeiger an den unteren rechten Bildschirmrand Um das Inventar zu öffnen Gebt acht, dass ihr euch nicht die Finger einklemmt Amputationen sind so eine unerfreuliche Angelegenheit Gut, klickt nun mit der linken Maustaste auf das Harkensymbol Um die Harke wieder in die Hand zu nehmen Ihr könnt die Harke nun jederzeit mit anderen Objekten verwenden Auch mit anderen Besitztümern Wenn ihr fertig seid, benutzt die rechte Maustaste Um die Harke vorsichtig zurück ins Inventar zu legen Das hatte zwar keinen Effekt gehabt Aber Lilly hatte trotzdem das Gefühl Ihrem Ziel einen großen Schritt näher gekommen zu sein Jetzt, da Lilly von ihrer ersten Pflicht befreit ist Wird es Zeit, sich mit den grundlegenden Spielmechaniken vertraut zu machen Mit der linken Maustaste könnt ihr Lilly hingehen lassen, wohin ihr wollt Wo immer Lilly einen Ort verlassen kann, verwandelt sich der Cursor in einem Pfeil Und folgt zunächst Ätna in den Hintergang Der Ausgang befindet sich an der rechten Bildschirmkante Aber Vorsicht, der Pfeil ist spitz Wegen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wirken Leuk Wirken Leuk